Der große Traum von der Familie, dem gemütlichen Nest, für alle zu sorgen, der ist für Maria Kasper ganz plötzlich geplatzt. Und es hat sich angefühlt, als ob ihr der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Was ihr im Leben neuen Halt gegeben hat, darüber sprechen wir gleich. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass sie da sind. Darf ich dir ein Kräuterwasser eingießen, Maria? Schön, dass du da bist. Übrigens speziell mit Kräutern. Jetzt hast du eine Schafgarbe bei dir mit drin. Das ist ein Kräutlein, sehr gut für Frauen. Habe ich extra ein Frauen-Kräuterwasser gemacht. Ich liebe Kräuter. Lass es dir schmecken. Das muss ich gleich probieren. Maria, wenn es nach dir gegangen wäre, du hättest zehn Kinder haben können. Eine große Familie. So dein Traum von dem Nest. Gemütlich, um Sorgen. Und der ist eines Tages geplatzt. Ja. Du hast dich, dein Mann und du, ihr habt euch getrennt. Das hat nicht funktioniert, leider. Was war das für eine Situation für dich? Das war eine schwere Situation. Kannst du ein bisschen was erzählen? Kannst du was beschreiben aus der Zeit? Also ich gehe nicht gerne zurück in diese Zeit. Ich versuche alles zu vergessen, weil das so schmerzhaft war und könnte auch gar nicht Worte finden, um das so richtig zu beschreiben. Den Schmerz meinst du? Ja, ja. Ich bin wortarm. Kann man es als einen Schmerz beschreiben? Es gibt Leute, die können das sehr gut. Ich habe zu der damaligen Zeit sehr viel geweint. Also ich habe glaube ich schon alle meine Tränen geweint. So könnte ich es vielleicht beschreiben. Und bis es nicht mehr ging. Konntest du das akzeptieren? Konntest du das akzeptieren? Nein, das war das Schwere. Das konnte ich überhaupt nicht akzeptieren. Meine zehn Kinder oder besser gesagt ein kleines Hausorchester zu aufgeben. Diesen Traum. Nein, das konnte ich nicht akzeptieren. Konntest du das akzeptieren? Weißt du, warum das so schwer war, das zu akzeptieren? Konntest du das akzeptieren? Das weiß ich nicht. Jetzt. Weil es so in deiner Vorstellung einfach eigentlich keine andere Idee gab, oder? Also das war einfach so das, was du wolltest? Familie war für mich das Mittelpunkt meines Lebens. Es war mein Augapfel kurz beschrieben. Und ich habe das so geliebt und ich hätte alles dran gegeben. Es hatte keinen Platz, dass sowas mal angetastet wird oder zerstört wird. Deswegen war das inakzeptabel. Und ich habe ja gekämpft, um das zu retten. Ja, ich habe alles getan, was in meinen Kräften als Mensch stand. Also nicht nur ein Jahr oder drei Monate, sondern fast ein Leben. Gehen wir zurück in das Nest, in dem du aufgewachsen bist, so in deiner Kindheit. Wie war Familie da? Wie hast du Familie erlebt, in der du aufgewachsen bist? Also das war das Schönste, woran ich mich erinnern kann. Und wahrscheinlich deswegen habe ich ja auch den Traum gehabt. Ich habe meine Mama und Papa sehr, sehr lieb gehabt. Ich habe einen großen Bruder gehabt. Er hat mich immer auf seinem Rücken getragen und dann später eine kleine Schwester gekriegt, die ich dann in meinen Armen getragen habe. Es war wunderschön. Es war für mich Paradies auf Erden. Für mich als Kind. Meine Eltern hatten ein schweres Leben. Sie waren arm. Es war schwer zu überleben. Für mich als Kind war wirklich der Paradies auf Erden. Mittendrin in der Natur. Und die ganzen Schönheiten und die ganze Liebe und Fürsorge meiner Eltern. Aber das war ja, blieb ja nicht in der Natur, sondern ihr seid ja dann auch an einen neuen Ort gezogen. Ja, wir sind... Ihr habt den Wohnort gewechselt. Wie war das dann so, ganz neu zu starten für dich als Kind? Also, ich habe mit sieben bin ich dann von zu Hause ausgezogen, um Schule besuchen zu können, weil wir zu sehr in der Natur waren. Ich bin zu meinen Großeltern umgezogen, die ich ja nicht kannte, weil sie so weit weg wohnten. Aber sehr schnell mich dann eingelebt habe. Es war schon hart, von meinen Eltern weg zu sein. Ich habe schon darunter gelitten als Kind. Aber die Kinder haben die Begabung einfach, sich sehr schnell anzupassen. Und das hatte ich auch gemacht. Und auch sehr schnell die rumänische Sprache gelernt. Davor habe ich nur Ungarisch gekonnt. Ja, und das war ein guter Start in die Schule. Mit Oma und Opa an meiner Seite. War wieder eine neue Familie. Und auch ganz anders. Mit strengem Opa und ganz, ganz liebe Oma. So zwei Gegensätze, die sich so dann hineingeflochten. Ich habe alles gekriegt, was ich dann gebraucht habe als Kind. Fiel es dir leicht, dich auch auf eine ganz neue Situation einzustellen? Weil du hast es ja im Laufe des Lebens immer wieder. Gab es neue Situationen, in die du gekommen bist? Ja, ich musste ziemlich, also nirgendwo habe ich in Rumänien mehr länger als sieben Jahre gelebt. Ja, ich musste oft umziehen und wechseln. Vom Land in die Stadt zu ziehen, das war nicht einfach für mich. In der dritten Klasse bin ich dann in die Stadt umgezogen. Und das war schon schwer. Aber dann zu den Eltern? Ja, mit den Eltern dann zusammen, ja. Warum war das? Damit wir endlich als Familie wieder zusammengekommen sind. Haben sie dann den Wohnort gewechselt. Also vom Dschungel, ohne Schule, ohne elektrischen Strom. Einfach dann in eine Stadt, damit die Kinder dann die Schule besuchen können. Wie war das für deine Eltern? Weil sie haben ja auch, für sie war das ja auch eine ganz große Umstellung. Sehr große Umstellung. Habt ihr darüber gesprochen? Nee, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass wir, sicher wusste ich, dass sie da hinziehen, damit ich dann endlich mit ihnen zusammenleben kann. Aber ich habe mich schon inzwischen bei den Großeltern so gut und wohl gefühlt. Die waren immer noch auf dem Land. Ja, aber es kam wieder, ja, ich kam wieder in meinem Nest zurück. Also von einem Nest zum anderen. Und in den Sommerferien besuchte ich aber regelmäßig meine Großeltern. Das war für mich das Highlight immer. Nachdem ihr euch ja jetzt kennengelernt habt. Ja, genau. Wie ging es bei dir weiter? Du sagst, du bist immer wieder umgezogen? Ja, also nachdem wir dann wieder fünf Jahre in der Stadt gelebt haben, bin ich in eine andere Stadt umgezogen und aufs Gymnasium gekommen, wo ich dann ganz alleine gelebt habe. Dann mit 15 habe ich dann meine eigene Wohnung gehabt. Oh, war das nicht einsam manchmal? Doch, ich habe da mich abgenabelt von meinen Eltern und habe dann so meine ersten Gedichte geschrieben für meine Mama. So drei, vier Stück. Ich habe sie heute leider nicht, diese Kingen verloren, aber ich weiß, dass ich auch im Leben ein paar Gedichte geschrieben habe. Es war die Sehnsucht. Hattest du Heimweh? Ja, ganz schlimm. Aber warum musste das sein, dass du, oder wieso war das notwendig? Es war die Situation so. Meine Eltern hatten vor, wieder auch zu meinen Großeltern umzuziehen. Und ich war einen Schritt schneller und habe gesagt, gut, ich ziehe schon mal mit der Schule hin. Und dann hat es bei denen der Umzug nicht geklopft und bin ich dann alleine geblieben. Okay. Und wie bist du zurechtgekommen mit 15 alleine? Also das habe ich gut gemeistert. Ich habe in den Sommerferien ganz viel gearbeitet und mir einen großen Teil des Geldes für Miete verdient. Und dann, ja, ich habe dann sehr gerne gelernt und meinen Haushalt gemacht. Und die Leute, die mir ihre Wohnung vermietet haben, sie haben selber noch ein Haus gehabt. Und ich war quasi so ihre Tochter, die wollten mich adoptieren sogar zu ihrer Tochter. Sie hatten keine Kinder. Und ich habe mich sehr wohl gefühlt dort. Ich habe wieder eine neue Heimat gefunden, neue Freunde. Und ich hatte immer liebe Menschen um mich herum, die mich geliebt haben. Das war wirklich klasse. Und das allerhöchste Geschenk, was ich in meinem Leben bekommen habe. Diese liebe Menschen, die sich um mich gekümmert haben. Aber war das nicht trotzdem auch manchmal hart, wenn du so die ganzen Sommerferien quasi für deinen Unterhalt arbeiten musst? Das ist ja schon eigenverantwortlich, so zu leben. Mit 15 ist ja schon ganz schön viel Verantwortung. Körperlich war es sehr hart. Ich konnte mal an einem Morgen meine Hände gar nicht mehr bewegen. Hast du gearbeitet? Ich habe in den Weinbergen gehackt den ganzen Tag. Das war der erste Tag. Und in der Früh konnte ich schon meine Hände und Füße nicht mehr bewegen. Das war wahrscheinlich die allerhärteste Arbeit zu der damaligen Zeit, die ich geleistet habe. So ein Muskelkater von Kopf bis Fuß, das habe ich hinterher niemals erlebt. Aber ich habe es gern gemacht. Ich habe Spaß gehabt. Immer habe ich Spaß gehabt an der Arbeit. Also ich habe mich nie davor gedrückt oder gesagt, das wäre mir zu viel. Habe ich nie gedacht, dass es mir zu viel ist. Ich habe das immer mit Freude angepackt. Das war toll. Ich finde es bis heute, wenn ich zurückdenke, war es echt super. Da haben auch andere Kinder noch gearbeitet, andere junge Leute. Du hast gesagt, dir hat die Schule sehr viel Freude gemacht. Ja. Was hast du, in welche Richtung hast du, beruflich war dein Traum? Also mein Traum, als Kind mit Träumen, das war schwierig zu meiner Zeit. Warum? Also ich wäre gerne schon Lehrerin geworden. Aber zu unserer kommunistischen Zeit waren die Lehrer und Glaube, das ging nicht zusammen. Dann war für mich klar, ich kann nicht Lehrerin-Ausbildung machen. Und meine Mama hat immer Krankenschwester gesagt. Und da war die Konkurrenz unglaublich groß, sodass ich diese Prüfung nicht geschafft habe. Also, und dann bin ich in eine andere Richtung gegangen. Also es war Mathematik, Biologie für Labor, Wasseramt. Und ich wäre sicher, hätte ich gerne studiert. Aber mein Traum, mein allererster Traum oder Hobby war schon immer singen. Ach ja. Oh ja. Und das habe ich nie erreicht. Und dann wärst du gerne Sängerin geworden? Ja. Ja. Aber ich glaube, den Traum gebe ich noch nicht auf. Ich habe schon ein Jahr Studium angefangen mit Fernschule. Klappt es noch. Gesangs? Mhm. Gesang? Ja, Gesang. Wo hast du dann gesungen? Zu Hause? In der Gemeinde habe ich ganz viel gesungen. Das heißt, ihr wart Christen und wart in der Kirchengemeinde? Ja. Mhm. Und meinen, allen Leuten, die, also als Kind schon hat meine Mama immer Lieder beigebracht und musste ich schon jedem vorführen. Mhm. Und später habe ich dann in der Gemeinde ganz viel gesungen und wo ich am allermeisten Spaß habe, einfach meine kleine Hafe mitzunehmen und dann eine alte Omi zu besuchen und ihr ein Lied zu singen und ihr damit Freude zu machen. Das ist mein allerhöchster Spaß. Also nicht, dass ich jetzt auftrete als Sängerin, sondern mit meiner Stimme die Seele der Menschen berühren. Das ist mein allerhöchster Hobby. Als Freude? Ja. Wie war das dann als christliche Familie, dann in diesem kommunistischen Umfeld zu leben? Du sagst, das war klar, Studium, Lehrerin werden geht schon mal nicht. Da waren Grenzen spürbar, oder? Sehr, sehr. Also ich war sehr ausgegrenzt. Ich hatte einige Jahre, wo ich sehr ausgegrenzt und isoliert als christliches Kind gelebt habe und auch sehr viel gehänselt wurde von den Kameraden. Aber in welche Richtung ging das denn? Das ist für uns heute, also für mich, der ich nicht in so einem Land groß geworden bin, manchmal schwierig zu verstehen, warum da Hänselei. Weil heute kann ja jeder glauben, eigentlich so ziemlich, was er möchte. Ja. Wie war das? Erzähl mal so ein bisschen. Also zum Beispiel, das war also sehr kommunistisch das Land und atheistisch geprägt und Gott hatte so keinen Platz. Trotzdem war der orthodoxen Glaube akzeptiert und die Freikirchen waren nicht so akzeptiert. Und weil ich ja dann einer Freikirche zugehört habe, war ich nicht, die haben uns immer Bekehrte genannt. Und das war ein schlechtes Wort in ihrem Begriff so und die haben uns herabgeschaut. Und so, und dann hat man sich ausgegrenzt gefühlt. Hast du manchmal Gott gefragt, warum das so ist? Also als Kind habe ich keine Warum-Fragen gestellt, ich kann mich nicht erinnern, aber ich habe Wünsche in meinem Herzen gehabt, dass das mal endlich zu Ende ist, weil ich hatte so richtig Freude gehabt, in die Kirche zu gehen und ich habe im Orchester gespielt, Geige und habe gerne musiziert und ich war so gerne dort. Und dann musste ich immer so im Versteck so einen großen Bogen drumherum machen, dass meine Klassenlehrerin mich gerade nicht sieht, die wohnte, die war Nachbarin mit der Kirchengemeinde. Das war ja ein Pech und dann habe ich immer auch so Umweg. Und ich habe mir gewünscht, dass ich mal endlich so richtig fröhlich und unbeschwert mal in die Kirche gehen kann. Das war so ein Kindheitswunsch von mir, was ich auch hinterher erreicht habe. Ja, später dann. Ja, ja, mein Leben lang hinterher. Ja. Du warst dann 18, als du nach Deutschland gekommen bist. Knappe 18, noch nicht ganz, ja. Wie kam das? Ja, also meine schulische Bahn hat sich dann unterbrochen und habe meinen Mann kennengelernt. Und dann, das ging alles so schnell, er musste einfach ausreisen. Warum musste er ausreisen? Seine Familie hatte ja schon die ganze Vorbereitung für Ausreise vorbereitet. Er musste mit Familie ausreisen. Und er wollte gerne noch ein rumänisches Mädchen heiraten. Und weil dann zu der damaligen Zeit diese Heirat nicht möglich, nicht so einfach war, war die Überlegung einfach auf Papier. Ja, wir haben es auch wirklich noch schriftlich gemacht, damit man diese Ausreise später bekommt. Damit du nachkommen kannst. Was mir auch sehr große Vorteile gegeben hat, hinterher kam ich ja nach Deutschland. Ich habe dann einen Sprachkurs bekommen. Ich durfte diese wunderschöne Sprache dann erobern. Und das hat mir auch viel Spaß gemacht. Ja, und dann war ich mit knappe 18 nach Deutschland gekommen. Und ja, das war mein Start. Neuer Start wieder. Neuer Start wieder. Ja, aber auch nicht nur neuer Start bei Großeltern oder auch alleine, sondern wirklich ein ganz anderes Land, eine neue Sprache, ganz neue Menschen. Und vor allem, du hattest dich ja mit deinem Mann auch noch gar nicht, er hattet ja noch gar nicht so viel gemeinsame Zeit vorher gehabt. Das war knallhart. Es war ein Abenteuer, kann ich es ganz kurz nennen, in alle Richtungen. Es waren sehr, sehr schöne Sachen dabei. Ich bin ein Mensch, der sehr freudig Dinge entdeckt. Und es waren auch knallharte Sachen. Ihr habt dann zwei Mädchen? Ja, genau. Gemeinsam bekommen. Da kam dann so ein Stück von deinem Traum, den du dann leben konntest. Ja, das habe ich auch in vollen Zügen genossen. Ja, also es war eine sehr schöne Zeit, wenn ich zurückdenke. Und ich hätte nie gedacht, dass dieser Traum mal platzt. Ich war so in diesem Phänomen und so engagiert als Mutter und habe so mein Bestes auch in meiner Weisheit auch für meinen Mann gegeben und für meine Kinder. Auch die Menschen, die uns angeschaut haben von außen, und keiner hätte gedacht, dass jemals so etwas platzt. Und es wurden uns auch, ich habe sehr viele Gäste in unserem Heim gehabt, Künstler, Musiker, Gäste, die Poesie schreiben konnten oder Lieder dichten konnten. Es wurden uns so drei, vier Hymne für unsere Familie geschrieben. Das waren so sehr nette Augenblicke. Wo Menschen wirklich so eine Art Paradies, es war ja auch mein Ziel, Paradies auf Erden zu schaffen, so ein Heim, wo man sich wohlfühlt. Und nicht nur wir, sondern mit unseren ganzen vielen Gästen. Es waren echt hunderte Menschen in unserem Haus im Laufe der Jahre. Und es war sehr schön. Und ja, dass das mal schief geht, deswegen war der Brocken dann so hart. Weil es sehr schön war eigentlich. Und ja auch dieses Nest, nicht nur für euch selbst, wie du beschreibst, sondern wirklich, um Menschen einzuladen, die sich da auch wohlfühlen, um das auch als Geschenk weiterzugeben. Es war ein offenes Nest, ja. Deswegen war unser Haus immer sehr, sehr groß, sehr viel Platz. Wir hatten Überraschungsgäste. Jederzeit durfte jemand zu uns anreisen. Hat immer einen Platz gekriegt. Wir haben mal einen ganzen Reisebus aufgenommen. Ah, spontan. Ja, ja. Aus Rumänien, das waren, oder woher waren die? Die waren aus Deutschland. Die Leute, die kannten uns inzwischen und die haben uns auch Klienten verschafft. Wir waren so, damals gab es nicht einmal Airbnb, aber wir waren so ein offenes, kleines, privates. In der Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja, ja, ja. Und es war echt sehr, auf unserer Loggia, ziemlich groß. Da haben, glaube ich, so mal 20 bis 30 Jugendliche übernachtet auf dem Boden. Also es war schon krass. Sehr schöne Sachen haben wir erlebt. Immer offenes Heim. Als es dann zu diesem Zerbruch kam, hast du das mit Gott besprochen? Hast du gesagt, Gott, nein. Wow, ich habe viel geschimpft. Ja. Oh ja. Also ich kann auch gut schimpfen. Ich bin sehr liebevoll, aber ich habe richtig gestritten mit Gott und gekämpft. Und das habe ich nicht verstanden. Wirklich, in dem Augenblick damals. Ich sah überhaupt keine Vorteile, überhaupt keinen Ausweg. Also einfach in der Sackgasse sich zu drehen, das ist nicht schön. Also nicht einmal sich wenden zu können, um zurück... Also ich war in die Sackgasse angekommen und nicht einmal Möglichkeit noch, mich zu wenden, um aus der Sackgasse raus. Nein, ich... Für mich als Mensch gab es damals echt gar keine Lösung. Ich sah keine. Was hast du gemacht? Boah, also ich stand wirklich tagelang, monatelang, jahrelang unter diesem Schock und nicht wissen, welcher ist der nächste Schritt. Und erst mal auch mit niemandem drüber geredet, weil ich wusste gar nicht zuerst, was ich reden soll. Und ich habe mich isoliert. Ja, das war, was ich gemacht habe. Du warst mit deinem Schmerz eigentlich allein? Ja, ganz allein. Wir haben versucht, mein Mann hat sich höchste Mühe gegeben. Aber er hat mich nicht verstanden. Ich habe dann die Dinge nicht verstanden. Und er war zu stolz, zu einem Therapeuten rechtzeitig noch vielleicht zu gehen. Ein Kind wollte er auch nicht mehr, weil das hätte vorher schon das Ganze platzen. Ich bin mir 100 pro sicher, weil ich kenne mich, das hätte alles vorgebeugt. Ich weiß nicht, warum Gott das nicht mehr wollte. Deswegen, ja. Manches muss man wahrscheinlich dann einfach stehen lassen. Und wir verstehen es wirklich nicht. Ich wollte es wirklich nicht erzwingen. Also wenn jetzt jemand kein Kind mehr haben möchte, dann egal, ob ich noch zehn Wünsche kann, kann ich niemandem jetzt sagen, so jetzt will ich aber ein Kind oder ich lege dich rein. Das wäre unfair gewesen. Und deswegen habe ich das dann schlucken müssen. Wie ging es dann bei dir weiter? Ich war förmlich aus diesem Paradies herausgerissen oder weggeschmissen. So wie Adam und Eva eines Tages ihr Heim verlassen mussten. Die waren rausgetrieben von dem Engel. So war ich auch von dieser Situation rausgetrieben. Nicht mit meinem Willen, nicht mit meinem Wunsch. Und auch keiner wollte, dass ich gehe. Und keiner hat es verstanden. Weder meine Kinder noch mein Mann noch ich. Alle vier. Und alle vier haben wir darunter gelitten. Ja. Du musst es ja aber irgendwie weiterleben. Was hast du gemacht, um dich über Wasser zu halten? Ja, also noch davor habe ich angefangen, ja. Wenn es dann nicht mehr um neue Kinder geht, dann habe ich mir schnell einen Job. Also ich bin ein Mensch, ich brauche Beschäftigung. Wir haben ja zusammen zwei schöne Häuser kreiert, schönen Garten angelegt, alles fertig. Und wir haben auch sehr viel für die Menschen. Auch in unserem neuen Haus haben wir Zeltwochenende erlebt mit unseren Freunden und aus der Gemeinde, die Kinder. Und sehr, sehr schöne Sachen erlebt. Und die sind dann eingestellt worden, wo wir nicht mehr funktioniert haben. Wir haben noch die ganz große, schöne Geburtstagsparty von meinem Mann organisiert. Das war das Letzte, Große, was wir gemacht haben. Das haben meine Töchter durchgeboxt. Die waren so richtig, muss ich sagen, spitze. Weil ich war schon dafür nicht mehr tüchtig. Und die haben mich dazu gezwungen. Was sie auch heute, empfinde ich, ist gut. Für mich war es damals sehr hart, in der Öffentlichkeit mit unseren Freunden zu stehen. Und ja, die haben es aber durchgekriegt. Das war ihr Papa. Sie haben für ihren Papa gekämpft. Sie kämpfen für uns beide. Was ich ihnen sehr hoch anschätze und was ganz toll ist, finde ich. Und wir werden eigentlich immer eine Familie bleiben. Ich glaube nicht, dass wir aufgelöst werden, sage ich mal, als Familie. Ob jetzt auf Papier anders wie steht. Aber ich glaube, wir werden immer. Das Nest ist nur nicht mehr das, was du dir gedacht hast. Aber man verliert ja die Menschen nicht unbedingt komplett. Ja, genau. Es gibt keine Anfeindungen oder so. Und dann, das war das Letzte, was ich so noch erlebt habe, groß in meinem Haus. Und keiner wusste, dass ich dann eigentlich raus muss. Keiner dieser Gäste hat geahnt. Und eigentlich kurze Zeit danach, ja genau, so einen Monat danach bin ich dann ausgezogen. Auf dem Rat von einem Therapeuten, der mir das einfach geraten hat, ja. Und beruflich? Wie hast du dich da weiterentwickelt? Ich habe inzwischen dann, habe mich auf der Suche gemacht, auch mit meinen Töchtern. Die waren inzwischen groß und ich nehme sie gerne, ihre Ideen und ihre Ratschläge nehme ich auch sehr gerne an. Und dann habe ich mich entschieden, Logopädie zu lernen. Ein Beruf, was auch mit sehr viel mit Kindern zu tun hat, weil ich Kinder so sehr liebe. Und auch den Job eines Lehrers eigentlich mit beinhaltet, aber auf eine andere Art und Weise. Und auch, weil man jetzt nur mit einer Person arbeitet und nicht mehr mit einer großen Klasse. Ich dachte, ja, ich werde älter und nicht Kindererzieherin. Lehrerin wäre eh nicht möglich, aber Kindererzieherin. Aber da habe ich gedacht, das kann anstrengend werden mit der Zeit. Deswegen Logopädin und weil mich Stimme interessiert. Passt dann gut zusammen? Ja. Und hat es dir auch wieder so viel Freude gemacht zu lernen? Oh ja. Wenn ich deine leuchtenden Augen anschaue. Es war toll und es war eine gute Entscheidung, in dieser schweren Zeit nicht sich auf diese schwere Zeit zu konzentrieren, sondern etwas draus zu machen und die Zeit wertvoll zu nutzen, um in eine andere Richtung zu lenken. Ich finde, das war eine super gute Entscheidung. Und dann habe ich nicht mehr Zeit gehabt, mich zu bemitleiden oder zu heulen oder jetzt meinem Traum hinterher zu weinen, sondern einfach, ich bin vorwärts gegangen, in etwas Neues zu entdecken. Wobei das auch seine Zeit hat, aber das hattest du ja schon, die Tränen hast du ja schon geweint, wie du beschrieben hast. Mit der Logopädie habe ich es noch mitgenommen. Bis zur letzten Prüfung gab es die jeden Tag als Portion. Und auf der Suche nach Praxisräumen, hast du etwas Spannendes erlebt? Ja, auf der Suche nach der Praxis, also noch vor der Beendigung meines Studiums. Ich war mittendrin bei meinen Prüfungsvorbereitungen, aber ich war gespannt, ob ich wohl Praxisräume finde und habe mich schon auf den Weg gemacht, in die Zeitung zu suchen, nach so einer winzig kleinen Möglichkeit, wo ich dann meinen Beruf ausüben kann. Weil ich habe schon sehr lange Praktikum gemacht in einer Praxis und ich wusste genau, ich will mich nicht einstellen lassen. Ja, und dann kam die Überraschung meines Lebens. Erzähl. Also ich wurde dann von meinem Logopädie total abgelenkt. In welcher Richtung? Anstelle von einer Praxis, also es stand ausgeschrieben, Büro oder Praxis möglich, aber es war ein winziges, kleines, kleines, sehr kleines Restaurant. Und dann bin ich rein, habe ich gesagt, nee, also für Praxis ist das nicht möglich, zu rustikal, zu klein, kein Wartezimmer. Und dann bin ich auch sehr schnell rausgegangen und dann stehe ich vor der Tür, ja, geh noch einmal zurück, was kannst du draus machen? Wie, was soll ich draus machen? Hast du wie eine innere Stimme gehört oder was? Ja, das war, was kannst du draus machen, habe ich gedacht, was soll ich draus machen? Geh zurück, da der Besitzer, da waren schon sehr viele Profileute dort, alle vom Gastro-Bereich, habe ich gesagt, was, habe ich mich hier verlaufen? Ich bin völlig falsch am Platz. Und dann hat er mich gefragt, haben Sie schon mal in Gastro gearbeitet? Nee, niemals. Und was würden Sie machen? Ja, wenn ich was machen würde, dann wäre das ein kleines, veganes Restaurant, das könnte ich hier sehen, vegan. Weil ich inzwischen mitbekommen habe, dass vegan so in ist und dass so viele junge Leute dafür interessiert sind. Das fand ich schon toll und spannend, weil ich schon etliche Jahre vegan mich ernährt habe. Und du auch gerne kochst? Oh ja, aber nicht für mich selber persönlich. Für mich mixe ich nur so ein Wasser mit, heute habe ich Kurkuma mit Ingwer gemixt und getrunken als Energiespender. Ich koche nur für andere. Das heißt, du hast dann das wirklich umgesetzt? Ich weiß nicht, was in mir hineingefahren ist. Ich habe dem gesagt, ja, er hat die Nummer gegeben und ich habe gar nicht gesagt, ich will das machen. Ich habe ihm die Nummer gegeben und der Mann ist dann auf mich zurückgekommen. Er möchte mir das gerne geben. Später fragt er mich, Maria, ich habe, du hast mir gesagt, du hast nie mit Gastro zu tun. Warum habe ich dir das gegeben? Das verstehe ich nicht. Er hat es nicht verstanden, warum er mich ausgerechnet ausgesucht hat von den anderen, die erfahren waren auf dem Gebiet. Ja, und dann habe ich inzwischen noch meine Logopädieprüfung fertig geschrieben, noch mein Abitur nachgeholt. Alles, was ich hier als junges Mädchen noch verpasst habe und nicht fertig gemacht habe. Also habe ich zeitversetzt nachgeholt. Ich liebe auch diese Kombination irgendwie. Manchmal fange ich eine Sache an, aber auch wenn sie kurz stehen lasse. Ich lasse sie nicht unbeendet. Irgendwann beende ich sie. Okay. Also mein Abi musste noch fertig gemacht werden. War eine tolle Erfahrung. Und dann dein Restaurant? Ja. In so kleinen Räumen. Wie geht das? Wie läuft das? Nicht so einfach für mich. Die Arbeit ist ungeheuer. Ein Marathonlauf von morgens bis abends. Es kann nicht professionell ablaufen. Deswegen ist es umständlich, schwierig, kein Platz, keine Küche. Aber die Kunden, die lieb sind, weil manche Leute, die haben sogar Angst reinzugehen, ist denen zu klein und eng und dann gehen sie auch. Aber das sortieren sich die Menschen. Es bleiben wirklich die ganz nettesten, lieben Wesen vom Planet Erde. Und wie funktioniert das denn, wenn du so wenig Platz hast? Ich weiß es selber nicht. Nach vier Jahren frage ich mich immer, wie kann das bestehen bleiben? Irgendwie, sage ich immer. Irgendwie kriegen wir das jeden Abend hin. Und es ist jeden Tag anders. Eine Erfahrung für sich. Am Anfang habe ich ein halbes Jahr ganz alleine das gemacht. Angefangen mit Kochen, mit Bedienung. Ich konnte mir nicht leisten, dass ich jetzt noch Angestellte bezahle. Dann nach einem halben Jahr kam noch der Freund meiner Schwester dazu, hat einige Zeit da mitgemacht. Danach später ist meine Schwester eingestiegen, die superbegabt ist im Kochen. Also ohne ihr wäre Mariposa nicht das, was heute Mariposa ist. Und habe sehr viele Freunde kennengelernt. Eine ganz liebe Freundin, die Vera, eine Designerin. Sie ist Superspezialistin im Adidas-Design. Aber sie hat mir die Namen der Speisen designt und beschrieben. Also die Dinge, die kamen von selbst. Alles. Also alle Menschen kamen. Sie kamen. Sogar auch meine jetzige Mitarbeiterin, Angestellte, die Roxana, eine ganz liebe. Sie kam. Und dann habe ich momentan meine Schwester, die Roxana und Marla, ein ganz junges Mädchen. Sie wird bald ihr Abi schaffen. Und ich ermutige ihr, jetzt muss sie aber viel lernen, nicht so viel arbeiten. Sie hilft mir immer beim Branche. Sie kam auch und hat nach Arbeit gesucht. Und hat selber entschieden, von selber zu bleiben. Also irgendwie läuft alles von selbst. Ich weiß es nicht, wie. Also nicht ich bestimme das. Und alle Menschen, die sind sehr lieb, die da sind, die wären sie zugeschickt worden. Und wie lernst du sie kennen? Also die sind selber gekommen. Also die haben gefragt, ob sie eine Hilfe brauchen. Und dann gebe ich jedem die Chance, mir zu zeigen, was er kann und zu lernen, was für Herausforderungen in Mariposa. Also keine professionelle Küche, Engstum geht nicht mehr, schlank muss man sein, hast keine Chance, dich zu drehen, wenn du etwas dicker wirst. Und dann entscheiden die Leute, ob sie bleiben wollen oder nicht. Manche haben die Krise gekriegt, sind dann nach einem Tag gegangen. Dann habe ich ein Mädchen gehabt, die Sarah, die wollte unbedingt ein Restaurant, ein eigenes. Und deswegen wollte sie dann mal hier arbeiten. Ein ganz liebes Wesen auch. Und sie hat dann schnell rausgekriegt, sie will nie wieder, nie wieder ein Restaurant eröffnen. Also sie dürfen einfach erfahren, wie das so ist. Und dann... Mitten rein. Und mit deinen Gästen, wie groß ist das dann, wenn du sagst, es ist wenig? Es sind drei Tische. Es ist wie im Wohnzimmer, es ist kleiner als hier. Wirklich eng. Also da werden die Leute... Setzst du dich dann dazu und sprichst auch mit den Leuten? Wenn ich Zeit habe und wenn ich sie bedient habe, später abends, kommt oft zu netten Gesprächen. Und ich habe jetzt Freunde rund um die Weltkugel. Das war das Heilungsprozess eigentlich meiner Seele, dieses Mariposa. Also ich hätte nie gedacht, ich habe es nicht geplant. Sie ist über mich hereingeplatzt und hat mich in diese Arbeit so hineingequetscht, dass ich keine Zeit hatte für Trauer. Und ich glaube, ich habe es teilweise auch bearbeitet und besprochen mit Leuten. Dann habe ich die Geschichte von anderen Menschen gehört. Und bin mit meinen Menschen und Kunden und Freunden gewachsen. Ist eigentlich wieder ein anderes Nest entstanden, oder? Ein tolles Nest. Unglaublich. Ja, es erfordert sehr viel Arbeit, sehr viel Pflege dieses Nest, sehr viel Liebe und Kraft. Und ich spüre immer wieder neue Kräfte. Jeden Früh, wenn ich aufstehe, kriege ich neue Kräfte, um weiterzumachen. Und dann manchmal bin ich ganz niedergeschlagen und ich bin müde wahrscheinlich. Mein Körper ist müde. Und dann denke ich, na jetzt kann ich nicht mehr. Und dann kommt irgendjemand und muntert mich auf, diese Person hat keine Ahnung, wie viel Energie ich dann, oder wie viel Mut. Oder es schmeckt jemandem so lecker, dass ich dann wieder, oh ja, es hat sich doch gelohnt. So, das sind so die Augenblicke. Wie besprichst du das mit Gott, mit dem Restaurant und alles? Das ist ja jetzt wieder ein ganz anderer Abschnitt. Ja, das ist, also ich kann nur Danke sagen. Ich danke dem lieben Gott. Also mit dem Restaurant war, als bevor ich eröffnet habe und ich hatte noch keinen Namen, keine Ahnung, kein, kein, wie soll es überhaupt gehen? Ich hatte kein System, gar nichts. Da habe ich gedacht, was habe ich mir eingebrochen? Warum musste ich das wohl machen? Da habe ich mich selber gefragt. Und mit Gott bin ich den ganzen Tag, ich bitte ihn wirklich um Hilfe, weil ich die ganze Zeit seine Hilfe brauche. Ohne diese Hilfe könnte ich echt nicht überleben. Also jeder Atemzug, jede Kraft kommt von ihm. Es ist nichts von mir, wirklich. Also ich komme mir manchmal ungeschickt, unfähig vor. Oder wenn sehr viele Leute sind, da hast du nicht einmal mehr Zeit zu denken. Da kann ich nur einen Hilfeschrei sagen. Ein einziges Mal, das war wirklich peinlich. Was mir passiert ist, ich habe das Essen ruiniert und es hat nicht mehr geschmeckt. Mir hat es nicht mehr geschmeckt. Und es war eine Hochzeit und es waren nicht Veganer und es war ein Restaurantbesitzer, der seine Hochzeit bei mir feiern wollte. Und bei der Vorspeise ist schief gegangen und es hat mir nicht geschmeckt. Und die Gäste stehen schon im Lokal und ich mixe noch rum und ich schmecke nichts und kriege keinen Einfall, keine Idee. Und mein Gebet war, lieber Gott, mach, dass diese Leute nicht schmecken, was ich schmecke. Das war meine Lösung. Und dann war ich gespannt, wie viele schicken das Essen zurück. Mir fiel nichts anderes ein, was soll ich auf der Schnelle machen. Hinterher habe ich die Idee gehabt. Habe ich gesagt, ich hätte doch Sonnenblumenkerne nehmen sollen und eine völlige neue Komposition machen. Und die Tomaten mit etwas anderes füllen. Warum ist mir die Idee nicht gekommen? Ich habe nur gebetet, lieber Gott, helft, dass die Leute etwas anderes schmecken. Weil mir schmeckt es nicht. Und? Also jeder hat es gegessen. Kein Stückchen wurde zurückgeschickt. Und hinterher auch mein Schwager hat es probiert. Und er hat gesagt, ja, ihm hat es geschmeckt und mir hat es nicht geschmeckt. Also in dieser Situation des Probierens und der Vorbereitung. Verrückt. Ja, das war das Verrückteste. Sonst habe ich immer Ideen, was ich schnell mache. Die besten Rezepte sind aus Unfälle passiert. Also dieser schnelle Einfall. Okay, jetzt habe ich plötzlich nicht mehr die Zutaten für meine Mayo. Die beste Mayo aller Zeiten ist geworden, weil mir die Zutaten ausgegangen sind. Und ich habe dann auf eine neue Zutat zugegriffen. Und es ist die beste Mayo aller Zeiten. Das sage ich euch. Das heißt, du experimentierst gerne, ja? Oh ja. Improvisieren gerne. Die besten Rezepte. Also das war so eine tolle Mayo, die ich liebe und die ich gerne nehme. Und meine Kunden lieben diese Mayonnaise sehr fettarm, sehr diätisch und wohlschmeckend und schnell zu machen. Was sind so weitere Ideen, was du machen möchtest mit deinem Leben? Das Restaurant ist ein Aspekt? Ist ein Aspekt. Und ich muss von etwas leben. Das Restaurant ist mein Hobby. Und weil nur die drei Tische da sind, ergibt sich da kein Geschäft. Aber ich mache das gerne weiterhin als Hobby. Und habe dann, wie gesagt, wenn ich eine Sache anfange, ich lasse sie vielleicht kurz stehen und komme wieder zurück. Eigentlich bringt mich Gott wieder zurück zu der Sache, habe ich nicht einmal wieder geplant. Ich habe jetzt neben meinem Restaurant Räumlichkeiten gefunden, wo ich meine Praxis öffnen kann. Meine Logopädie, die ich ja studiert habe. Das ist ja mein ausgeübter Beruf. Und wie kriegst du das? Ich werde das noch sehen, wie ich es hinkriege. Es ist noch nicht experimentiert, weil das ist die Aufbaufase. Ich plane nur, wie ich das hinkriegen soll. Und tatsächlich, wie es ausschauen wird, kann ich nächstes Jahr sagen. Momentan wird Internetpage vorbereitet. Also Logo habe ich entwickelt. Es wird heißen Wort und Klang. Prospekte werden vorbereitet. Die Räumlichkeit wird gerade eingerichtet. Und das ist die Phase. Und Ende Mai, die ganzen Papiere zur Genehmigung und hoffentlich Ende Mai, Anfang Juni kann ich starten. Also wieder ein spannendes Experiment für dich. Ja, ich freue mich drauf. Wenn du so dein Leben so mal, wir haben ja jetzt nur so ein paar Stationen angeschaut, wenn du jetzt mal so für dich auf dein Leben zurückschaust, wie hast du Gott erlebt? Also das Allerliebste, was es jemals in diesem Universum gibt, habe ich erlebt. Also wenn ich das Wort Gott sage, würde ich gleichzeitig das Wort Liebe sagen. Fürsorge und Geborgenheit. Tragend. Also in dieser ganzen Laufbahn, die ein Mensch rennt, wir rennen alle, ja? Und uns rennt die Zeit davon. Wir rennen sehr kurz. Ich spüre, wie Gott mich in seinen Arm getragen hat. Wirklich, wirklich. Also egal, was schief gelaufen ist. Egal, wie unzufrieden ich war. Egal, wie ich ihn geschimpft habe. Egal, wie ich mich von ihm abgewandt habe. Ich habe ihm dann einfach gesagt, ja, ich bin dann mit dir nicht mehr. Also wo es hieß, dass es so am Tag der Hochzeit meiner Tochter regnet. Und zwar 98 Prozent. Da bin ich auf Gott so sauer geworden. Ich habe gesagt, erwarte nicht mehr, dass ich dich anbete. So sauer war ich. Ich schäme mich. Ich war nicht wie David. Oh nee, nee, nicht wie Josef. Nicht wie Daniel. Ich bin kein gutes Beispiel. Ich habe echt mit Gott geschimpft. Und ich war sauer auf ihn. Und habe gesagt, dieses Kind. Also für mich war Liane und Maria und isst immer noch meinen Augapfel. Und sie sind zwei so tolle Wesen und so liebevolle Menschen. Habe ich gedacht, jetzt ausgerechnet, wenn es regnet, ist wirklich der ganze Tag versaut. Und auch Freunde rufen an, du weißt, was morgen passiert. Regen angesagt, den ganzen Tag. Und ich konnte nicht einmal mehr beten. So entmutigt war ich. Nicht ein Wort sagen. Ich hatte nicht mehr die Kraft zu bitten, Gott, bitte mach das. Nein. Ich habe nur geschimpft. Das ist, was ich gemacht habe. Nicht lobenswert. So bin ich. Ich bin manchmal wirklich schwach. Mein Glaube ist nicht immer stark. Dass ich sage, ja, nein, ich bin nicht stark gewesen. Wer stark war an diesem Tag, war mein Papa. Der kommt liebevoll zu mir. Er lebte damals noch, Gott sei Dank. Und dann sagt er, er kommt mit seiner Hand auf meine Schulter und sagt, wo ist dein Glaube? Du wirst sehen, kein Regentropfen wird kommen morgen. Ich schaue ihn an. Und er lächelt mich an und sagt, du wirst es sehen, es wird nicht regnen. Und ich konnte nichts antworten. Ich habe nur Tränen in meinen Augen gehabt und habe einfach bitter geschluckt. Und tatsächlich, an dem Tag kam kein Regentropfen. Die Wolken haben sich alle niedergelassen. Ab 11 Uhr sollte er richtig schütten. Und überall, wo wir waren, hat es nicht geregnet. Dann kam noch später die Sonne raus. Ein wunderschöner Tag. Nicht zu heiß, nicht zu warm. Perfekter Tag zur Hochzeit. Unglaublich. Seit dem Augenblick habe ich gesagt, ich mache meinen Mund sowas von zu und schimpfe Gott nicht mehr. Also, wenn es schief läuft. Weil es ist meine schlechte Gewohnheit, dass ich echt hadere mit Gott und kämpfe und nicht verstehe und bockig bin. Kein braver Skin, sondern richtig mit ihm streite. Das ist manchmal, wie ich mit Gott rede, nicht lobenswert. Und ich muss ihn erleben, dass er mir so ein Geschenk macht. Obwohl ich ihn nicht einmal imstande war, ihn zu bitten, weil ich dann so schockiert war. Ich konnte nicht einmal mehr bitten. Aber Gott hat es ausgehalten. Er hat es ausgehalten. Er hat uns alle in seiner Hand getragen. Er hat seine Gnade geschenkt. Nicht, dass wir nicht Regen gebraucht hätten. Aber es war wirklich ein sehr regensreicher Monat. Habe ich gesagt, gut, wenn es seit 30 Tagen nicht geregnet hätte, hätte ich es verstanden. Aber so habe ich kein Verständnis. Und wir hatten die Oase gekriegt, der Sonne und der Schönheit. Und dafür bin ich dankbar. Und so habe ich Gott erlebt. Gnädig, liebevoll. Er hat mir sogar einen Witz erhört. Er erhört sogar unsere Witze. Das war eine ganz lustige Begebenheit während meiner Abiturprüfung. Und Gott ist unglaublich, unendlich. Und ich gehe nur noch, wenn ich jetzt an die Zukunft denke, ich will mich immer mehr blind, blind hingeben. Und ich habe gelernt, heute zu leben, mich nicht mehr um morgen zu kümmern. Gerade jetzt ist es nicht einfach für mich, weil ich bin nicht einmal geschieden. Und ich weiß gar nicht mehr, wie das dann hinterher läuft. Ob ich finanziell das schaffe, keine Ahnung. Und das könnte wie ein schwerer Sack auf meinen Schultern stehen. Wird die Praxis laufen? Werde ich genug Geld haben, meine Mädchen zu unterstützen? Werde ich das schaffen? Mein Haus, mein schönes Haus, was ich vielleicht dann kriege, werde ich das erhalten können? Das sind so alle Fragen, die auf mich zukommen. Und mittlerweile habe ich gelernt, ruhig zu stehen und abzuwarten, was kommt. Das ist schon eine Schule für sich. Dass ich nicht mehr schimpfe, ist mein Ziel. Dass ich Sachen schneller akzeptiere und annehme, weil dann müsste ich nicht so viel leiden. Es bleibt auf jeden Fall ein spannendes Leben, würde ich mal sagen. Herzlichen Dank, Maria, fürs Erzählen und dass du ein Stück geteilt hast mit uns und von deinem Leben erzählt hast. Und weiterhin alles Gute in deinen Projekten, die kommen. Vielen, vielen Dank. Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Ihnen einfach auch Ideen gegeben und Ihr Leben bereichert. Machen Sie es gut. Bis bald.